Musik Das Theater 28 in Berlin-Gesundbrunn öffnet am Samstag seine Türen für ein Theaterstück der etwas anderen Art. Bis das Dein Tod uns scheidet ist eine schwarze Komödie für einen professionellen Witwer mit Musik. Auf dem Stammsitz seiner Familie begeht Sir Charles ein ganz besonderes Jubiläum. Er hat vor kurzem seine zehnte Ehefrau beerdigt. Diesen Anlass möchte er nun mit seiner Familie gebührend feiern. Denn sowohl der charmante Lord als auch seine gesamte Sippe arbeiten als professionelle Mörder. Und so plaudert Sir Charles an diesem Abend über den perfekten Mord, tauscht mit seiner Familie Erinnerungen an gemeinsame Verbrechen aus, lässt seine verschiedenen Gemahlinen Revue passieren und sucht im Publikum nach seiner nächsten Ehefrau. Die Hauptrollen sind von Markus Zollfang und Dominike Jedrias besetzt und Regie für Derasmus Max Wirt. Bis das Dein Tod uns scheidet am 9. November im Theater 28 in Berlin-Gesundbrunnen. Bis das Dein Tod uns scheidet am 9. November im aperture 28 in Berlin-Gesundbrunnen. Bis das Dein Tod des Dein Todes so ist in der Duarte 29 in Berlin-Gesundbonnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017